Ich spreche mit Herrn Maulwurf. Ja, der ist am Telefon. Ja, prima. Herr Maulwurf, der Grund meine Zahnung ist, Sie haben sich doch kürzlich mal bei unserem Gratis-Gewinnspiel online registriert. Ja, Gewinnspiele. Ja, ich mache da immer mit. Ich habe noch nie was gewonnen. Naja, dann wird es doch mal Zeit, dass Sie mal was gewinnen, oder? Was meinen Sie? Bitte? Dann wird es doch mal Zeit, dass Sie was gewinnen. Ja, ja, sagen wir schon, die Angewohnheit hat ja von meiner Frau übernommen, ne? Aber die hatte da ein besseres Händchen als ich im Prinzip. Ach so, okay. Weil wie gesagt, hier ist es so, hier ging es ja um einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Ja, genau. Ja, und da sind Sie natürlich auch dabei. Ja. Und die Verlosung ist am 30.09. Wann bitte? Das ist jetzt gerade nicht verstanden. Am 30.09. ist die Verlosung. Da wird der Amazon-Gutschein verlost. Aber das ist ja nicht mehr lang, ne? Nö, das ist jetzt bis Ende des Monats. Und dann ist es vorbei. Und da sind Sie jetzt sogar schon in der Endverlosung. Das hört sich ja gut an. Ja, bei den Finalisten sind Sie dabei. Bei den letzten 200. Und wir verlosen ja mehrere Gutscheine. Ja. Haben Sie also gute Chancen, da auch was zu gewinnen. Und die erste Vorverlosung haben Sie auch schon bereits erfolgreich durchlaufen. Denn Sie haben unser Renten-Joker los, der Klassenlotterie Nord, für den Monat Oktober gewonnen. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Nochmal, was habe ich gewonnen? Sie haben bei uns unser Renten-Joker los, von der Klassenlotterie Nord, von der NKL, haben Sie gewonnen. Ja, wirklich? Ja, da spielen Sie jetzt im Oktober kostenlos an 50 Gewinnziehungen auf 10-Jahres-Renten mit. 10 Jahre lang? Nee, da verlosen wir 10 Renten, die wir eben halt verlosen. Die kleinste Rente, die wir verlosen, sind 1000 Euro monatlich. Und die höchste, das sind 5000 Euro monatlich. Und im Gewinnfall wird Ihnen diese sogar 10 Jahre lang ausgezahlt. Das ist ja großartig. Da hat es sich ja endlich mal gelohnt, ne? Naja, wie gesagt, am 30.09. ist ja auch die Ziehung für den Gutschein. Und natürlich auch eben halt die Verlosung. Ja, weil ab 1. Oktober geht es ja los bei der Klassenlotterie. Und da spielen Sie jetzt mal einen Monat kostenlos mit. Klasse. Und da kann man ja auch was gewinnen, ne? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ich wiederhole es nochmal. Ja, da können Sie, da verlosen wir 50 Renten, also wir 50 Ziehungen auf 10-Jahres-Renten. Ja, da verlosen wir 10-Jahres-Renten. Und dabei liegt die kleinste Rente bereits schon bei 1000 Euro monatlich und die höchste bei 5000 Euro monatlich. Ich bin begeistert. 10-Jahres-Rente. Und 10-Jahres-Rente bedeutet dann, dass Sie den Betrag dann 120 Mal in Folge ausbetragt bekommen. Aufs Mal geht es nicht, ne? Oder Sie kriegen es auf Einschlag. Das geht natürlich auch. Wollte gerade sagen, weil ich bin jetzt ja nicht mehr der Jüngste, ne? Wer weiß, ob das noch 10 Jahre gut geht, ne? Das weiß man ja nicht. Also, wie gesagt, da machen Sie mal nichts in Gange. Also, ich sage mal so, ich sehe jetzt gerade, Sie sind 75 Jahre, Junge. Ja. Ich sage mal, da soll dir doch noch ein bisschen was gehen, oder? Na, man weiß das ja nicht, ne? Sonst würde ich mich ja vorher nochmal dick verschulden und die ganzen Sachen dann meinem Enkel geben, wenn man das jetzt auf den Tag wüsste, ne? Ne, ne, das ist schon klar. Also, Sie können natürlich den Gewinn auch auf Einschlag bekommen. Großartig. Dann sind Sie ja auch einmal, sind Sie ja auch bei 1.000 Euro sind Sie ja auch 125.000 Euro. Wahnsinn. Und bei 5.000 Euro monatlich wären es ja dann 600.000 Euro. Da kriege ich ja gleich einen Herzinfarkt hier vor Freude. Machen Sie keine Ärger. Ich habe da eine Versicherung, ne? Also, selbst wenn es jetzt so wäre. Das heißt, es ist ja nicht weiter dramatisch, ne? Naja, für Sie schon, ne? Wenn Sie damit einmal umkippen, ne? Nein, kriegt das dann ja nicht mehr mit, ne? Ja, ist schon klar. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ja, natürlich. Aber damit das Renten-Joker-Lost Sie jetzt auf dem Postweg auch erreicht, möchte ich nochmal ganz kurz Ihre Angaben auf Richtigkeit prüfen. Sie sind doch Herr Hans-Maulwurf. Ja, Maulwurf, genau. Ja. Und die Straße heißt an der Bildeiche Nummer 76. Ja, Bildeiche dahinter dem... Ja, Bildeiche, genau. An der Bildeiche Nummer 76. Ja. Und die Postleitzahl ist 76 543 Baden-Baden. Baden-Baden, ja. Sind Sie da schon mal gewesen? Ja, da war ich schon mal. Oh, das ist schon 20 Jahre her. Oha. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie gerade 20 sind. Ja, da war ich da mal. Heim-Casino, so ein Zocker. Ja, da habe ich mal gespielt. Ja, ich bin kein Zocker, aber da waren wir mit ein paar Freunden und da haben die gesagt, Mensch, lass uns mal ins Casino gehen. Und daher kenne ich das da auch mal. Ja, wenn man schon da ist, ne? Ganz genau. Und wie gesagt, Geburtstag haben Sie am 8.5. 1946. Exakt. Also gerade eben so volljährig sozusagen. Ja, ja. Ich muss immer noch den Ausweis zeigen, wenn ich mir den schnappsehe. Ja, ja. Naja. Und wie gesagt, das los schicke ich Ihnen natürlich raus. Krass. Das haben Sie natürlich auch demnächst im Postkasten. Wir werden natürlich auch ganz oft gefragt, warum die Klassenlotterie als Veranstalter eher die kleinere Sonderverlosung für den Rentenschocker anbietet. Weil wir eigentlich eher für die größeren Ausspielungen aus dem Fernsehen bekannt sind. Vielleicht haben Sie ja schon mal unsere große NKL-SKL-Show gesehen. Ja, im Fernsehen. Und wie gesagt, darauf kann ich Ihnen jetzt... Sag mal, meine Frau hat ja im Prinzip mit Ausnahme von Schlafen und Essen einen Großteil ihres Lebens immer vor der Glotze verbracht. Und als sie dann verstorben war, habe ich das Ding entsorgt. Ich konnte das ja nicht mehr sehen. Weil das hat mir ja im Prinzip immer die Zeit mit meiner Frau gestohlen. Ach so. Okay. Sind Sie denn nie mal rausgegangen oder so? Ja, ich Sohn. Wollte aber nie mit mir. Ach, die wollte er nie mit. Ach, wie schade. Das war ja so. Da gibt es ja, sag mal, wenn die Sendung vorbei war, dann war die Zeitspanne bis zunächst denn so kurz, dass sich da ja im Prinzip das Anziehen für sie so nicht mehr rentiert hat. Also ich bin da ja anderer Meinung. Ich bin ja in Wald und Wiese da aufgewachsen. Sag mal, ich bin ja... Sag mal, ich komme ja besser mit Steinen und Eulen zurecht als mit Mensen. Aber meine Frau, die hat das anders gesehen, ne? Okay, na ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wie gesagt, sind Sie natürlich dabei bei der Klassenlotterie. Kennen Sie denn die Klassenlotterie, die NKL oder SKL? Hallo? Ja, nochmal bitte. Kennen Sie denn die Klassenlotterie auf dem Fernseher, die NKL oder SKL? Nee, nee, ich habe ja immer gelesen, ne? Ich habe ja nie was mit dem Machenschaften von meiner Frau, nie was zu tun gehabt. Nein, ich frage ja nur, ob Sie mal die Klassenlotterie, ob Sie das kennen. Nee, nee. Oder spielen Sie... Oder haben Sie mal Lotto gespielt oder so? Ja, auf den Jahrmarkt mal, wenn es da, sag ich mal, diese Losbuden gab. Ach so, okay. Letztes Jahr wird ein ausgestopft, ein Pinguin gewonnen. Der ist nicht mal echt gewesen. Naja, gut. Aber letztendlich ist es so, die Klassenlotterie als solches, die gibt es ja schon 400 Jahre. Und deshalb startet jetzt im Oktober eine einmalige Jubiläumsrunde bei uns. Und zu diesem Event, da möchte ich Sie heute recht herzlich einladen. Oha. Weil von Oktober bis März, ja, werden nämlich bei uns unglaubliche 1,6 Milliarden Euro verlost. Nochmal, wie viel? 1,6 Milliarden Euro. Wir sind ja eine staatliche Lotterie. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das sind 1.600 Millionen Euro, die wir da verlosen. Ja, und wer verschenkt das? Wir verschenken das nicht. Wir sind ja die NKL, die Norddeutsche Klassenlotterie. Ja. Und wir sind ja eine staatliche Lotterie. Ja, aber wo kommt das denn her? Das ist ja jetzt nicht mal ein Kugelschreiber. Nee, kann ich Ihnen sagen. Das sind, das sind, oder anderen sind das Loseinnahmen, aber auch viele Sponsoren, die bei uns dabei sind und natürlich auch viele Werbepartner, die bei uns auf dem Werbezug aufspringen. Ja, und deswegen können wir sowas auch ab und zu mal machen. Ja. Und wie gesagt, und wir reden hier nicht von den kleinen Gewinnen im Euro-Bereich, wie es oft beim Lotto oder bei den Euro-Medien-Jackpot der Fall ist. Und leider gewinnt ja da gefühlt immer nur einer. Ja, und alle anderen gehen oftmals leer aus. Sehr sinnvolle Sache, ne? Und hier reden wir, wie gesagt, ja nicht von den kleinen Gewinnen. Hier ziehen wir nämlich nicht nur monatlich oder wöchentlich oder täglich die Gewinner, sondern quasi jede Stunde. Und da wir jeden Tag eine Million Euro verlosen und an jedem zweiten Tag 100 mal 10.000 Euro, ist unser am häufigsten gezogener Gewinn 10.000 Euro. Wahnsinn. Und die Chance darauf liegt hier bei 1 zu 270. Ich finde, das sind Quoten, die definitiv überzeugen, wo man sagt, Mensch, da kann man schon mal eher Glück haben, oder? Was meinen Sie? Also ich habe ja im Prinzip jetzt, sage ich mal, viel Tagesfreizeit. Das hört sich nach viel Stress an da bei Ihnen. Also ich würde mich da ja im Prinzip als Hilfskraft zur Verfügung stellen. Also ich sage mal so. Es gibt nichts mehr zu tun, außer ich habe ja, sage ich mal, hier, die haben da von der Stuttgarter Universität mal dazu aufgerufen, sage ich mal, von der Bevölkerung aus, dass da die Vögel gezählt werden sollen. Da habe ich mich da mal eingeklinkt mit. Und das ist ein bisschen, sage ich mal, zu Vorliebe halt geworden. Ich habe jetzt, kann ich sagen, ich habe jetzt heute, sage ich mal, da sogar eine Möwe von der Nordsee, sage ich mal, fotografiert hier am Teich. Und das habe ich halt dann auch gleich gemeldet. Aber ansonsten ist die Zeit, sage ich mal, halt sehr gut einteilbar. Naja, somit ziehen wir ja im Durchschnitt über 11.000 Gewinner pro Tag. Und jeden Monat wechseln 250 Millionen Euro den Besitzer. Wird bei Ihnen da, sage ich mal, das ist ja mal so ein mittelgroßes Exemplar, wird da denn was vermisst bei Ihnen? Was? Was soll denn da vermisst werden? Na, die Möwe. Eine Möwe? Bei uns wird keine Möwe vermisst. Sie waren doch von Hamburg, ne? Ja, das stimmt. Ja, weil hier gehören die ja nicht von der Örtlichkeit her. Habe ich gedacht, dass... Naja, die können ja fliegen. Ja, ja, dass die, sage ich mal, hier keine Küstennähe vorhanden, dass die da, sage ich mal, vom Pfad abgekommen, wo man sich da vielleicht hinwenden kann. Weil ich weiß noch vom Urlaub, wir sind mal auf Sylt gewesen, da war da, sage ich mal, große Aufregung, weil da, sage ich mal, sich so ein Robbenbaby angefunden hatte. Weil da gab es halt Anlaufstellen, aber ich weiß halt nicht, ob es das auch für Möwen gibt bei Ihnen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nun gut. Na ja, Herr Maulwurf, auf jeden Fall im Gewinnfall werden wir uns dann bei Ihnen melden, ja. Ja. Und wie gesagt, und dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Glück und toll, toll, toll erstmal. Wie läuft das denn am 30. dann ab? Dann rufen Sie nochmal an. Wenn Sie gewonnen haben, dann melden wir uns natürlich sofort schriftlich und auch telefonisch bei. Aber wo kann ich das denn irgendwo selber auch verfolgen, ohne TV-Gerät? Also ohne TV, wenn Sie einen Computer haben, können Sie das auch. Ja, wie denn? Ich habe das einmal von meinem Enkel, der hat mir das eingerichtet kürzlich. Ich muss Sie mir gleich abspeichern, dass ich da dran denke. Und das ist dann simultan dieser Gutschein und diese Rentengeschichte, ja. Genau. Da ist eben halt, da ist dieser Gutschein, den schicke ich Ihnen raus. Ja. Da sind Sie ja, da spielen Sie dann mal einen Monat kostenlos mit. Das ist großartig. Und da schicke ich Ihnen nach Hause und da steht dann auch alles drin. Das ist ein Rentenjunker. Ja, und in der Zeit kann man dann, sag ich mal, auch schon gut was gewinnen, ja? Ja, wie gesagt, wir haben natürlich auch, wie gesagt, in dieser Zeit auch eine Lotterie. Ja, die geht ja jetzt von Oktober bis Ende März, also sechs Monate. Ja. Und da können Sie natürlich auch bei uns mitspielen. Oh ja, das wär's natürlich, da freu ich mich ja schon drauf. Aber ich mein, das kostet natürlich Geld, ne, wenn Sie da mitspielen wollen. Nochmal, wie bitte? Ja. Das kostet natürlich Geld, wenn Sie da mitspielen wollen. Was kostet der Spaß? Kann ich Ihnen sagen, ich hab da zehn Lose für Sie, ja? Und, und wie gesagt, und diese zehn Lose kosten denn 121,85 Euro. Das ist ja nicht wenig. Da weiß ich auch, wo die eineinhalb Milliarden herkommen. Das sind, das sind zehn, zehn Lose. Ja, und was, und jedes Los berechtigt dann quasi einzeln zur Teilnahme? Ja, natürlich. Weil Sie spielen, wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja, ich will Ihnen mal das gar kurz erklären, weil wir haben ja eine Riesennachfrage nach diesen Losen, ja? Und dieses Los-Paket, was ich für Sie habe, das sind zehn verschiedene Los-Tipps mit drei staatlich garantierten Treffern. Und diese Garantie ist möglich, weil jedes ihrer zehn Lose ja eine andere Endziffer hat. Es gibt ja nur Zahlen von 0 bis 9. Ja. Und am Ende der Lotterie, da gibt es drei Ziehungen, bei denen der Notar eine Zahl zwischen 0 und 9 zieht. Und dadurch, dass Sie alle möglichen Endziffern haben, können wir Ihnen jetzt schon drei staatlich garantierte Treffer zusagen. Welcher Teil vom Staat garantiert das? Denn ist das Finanzministerium dann? Oder wer verbirgt sich da dafür? Genau. Das sind alle staatlich garantierte Gewinne, steht auch alles drin. Ich schicke Ihnen das mal raus im Maulwurf. Ja. Und dann können Sie das mal, können Sie sich das mal alles mal durchlegen. Warum wird mir eigentlich jedes Jahr wieder erzählt, dass diese 1,6 Milliarden Verlosung jetzt das erste und einzige Mal stattfindet? Ich höre den Text, den Sie mir jetzt gerade erzählt haben, ungefähr einmal alle zwei, drei Monate. Und das seit sieben, acht Jahren? Was? Ja. Immer wieder exakt der gleiche Wortlaut. Exakt die gleichen Lospakete. Also wir verlosen, wir haben ja einmal die NKL und die SKL. Wir haben ja diese Lospakete immer im Spiel. Und das heißt also, wir verlosen ja alle halbe Jahre immer diese Gewinne. Ja, das hört sich jedes Mal nach sowas ganz Spektakulärem an. So eine große Sonderverlosung. Aber es ist irgendwie immer das Gleiche. Das ist ja das ganz normale Rahmenprogramm dann, oder nicht? Ja, das ist nicht das Rahmenprogramm. Das ist unsere Verlosung. Ist das denn, sage ich mal, im Prinzip jetzt eine Einzelteilnahme? Oder ist man da in einer Gruppe von Spielern bei Ihnen? Also ich sage mal so, es gibt ja verschiedene Lose bei uns. Ja, das ist, was Sie mir angeboten hatten. Ja, es gibt ja Losanteile einmal mit einem sechzehntel Losanteil, achtel, viertel, halbe und ganze Lose. Ja. Und wie gesagt, das, was ich Ihnen angeboten habe, ist ein sechzehntel Losanteil. Obwohl es zehn Stück sind. Das finden Sie überall. Ja, genau. Und überall, wo Sie draufkommen mit Ihren Losen, bekommen Sie dann eben halt ein sechzehntel mit. Ja, das ist aber schön, dass man das erst auf Nachfrage erfährt, ne? Wieso? Na, ich habe jetzt ja detailliert nachgefragt. Wenn Sie sagen zu mir, Sie verkaufen mir zehn Lose, dann gehe ich ja nicht davon aus, dass das zehn Bruchstücke sind, sondern, sagen wir mal, vollwertige Spielunterlagen, nicht wahr? Ne, es ist ja so, Sie kriegen ja erst mal Ihre ganzen Spielunterlagen zugeschickt und da steht ja auch dann alles erst mal drin. Ja, ist das denn, sag ich mal, so groß geschrieben, dass man das halt auch lesen kann? Ich habe da ja im Prinzip Probleme mit den Augen. Ich heiße ja nicht umsonst Maulwurf. Nicht wahr? Ja, genau. Ich schicke Ihnen das erst mal alles raus und dann gucken Sie sich das erst mal an. Können Sie mir das auch per Emil schicken? Weil der Postbote hier ist eine ziemliche Schnarchnase im Prinzip. Der verbummelt immer die Sache. Dann soll ich das an hansmaulwurf1946atgmail.com schicken. Das wäre ganz freundlich, wenn das möglich wäre. Zusammen mit dieser staatlichen Garantie, bitte. Das würde ich mir auch gerne mal im Wortlaut durchlesen. Ganz genau. Dann machen wir das so. Das ist super freundlich von Ihnen. Ich werde Sie in mein Gebet einsließen. Genau. Dann wünsche ich erst mal alles Gute und toll, toll, toll. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Boah, Leute. Ich brauche es euch ja nicht sagen. Ihr wisst es ja selber. Wie oft haben wir diesen Text mit dieser super Sonderverlosung und den Millionen Euro jetzt schon gehört. Ne, Milliarden sind es ja. Zwar kein harter, kalter Betrug, aber kalter Werbeanruf mit gekauften Daten, wie ihr ja gehört habt. 1000 Euro Amazon. Gutschein war es inzwischen ja, na gut, leider nicht fast jedes Kind. Aber es ist weitgängig bekannt, dass das eine Betrugsmasche ist. Da steckt nicht Amazon dahinter, sondern irgendwelche Datenhändler. Die dann an solche Firmen verkaufen, die dann in Verkaufsabsicht bei dir anrufen. Und wie du gehört hast, ist ja hier auch das Ganze sehr intransparent. Wenn mir einer sagt, ich kaufe 10 Lose, dann erwarte ich 10 Lose, wo mich jedes Einzelne zu einem Gewinn berechtigt. Und zwar zu dem, den er vorher hier aufgezählt hat mit den 10 und 100 Tausenden und halben Millionen. Und nicht irgendwelche so Fizelchen, wo ich dann mit 16 anderen Leuten teilen muss. Wenn es denn überhaupt zustande kommt. Börse, Börse, Börse. Ein guter Grund, nicht bei Datenhandel einzusteigen, weil selbst seriöse, in Anführungszeichen, Firmen, die dann im Nachgang anrufen, machen das nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil sie Geld machen wollen. Dann hast du 130 Euro im Monat für irgendwelche 16. Lose. Das hört sich so komisch an. Einfach nicht mitmachen, Freunde.